Herzlich Willkommen, heute ist der Karte über den Hüring, wir machen das Felt nur am Anfang der Beier, die Emissionen ist für Gäste, wir starten am kleinen ersten Fahrzeug, wo es noch gefeuert ist. Ja, wie kommt er hin? Ja, wie ist das? Gehen wir gleich zum Nichtrappe, damit er gleich weiter machen kann. Aber wir haben keine Warte besprochen. Aber genau wie das Auto ist, äh, ist bei, der Wertnummer, 20%, fast fertig. Bei 11 wollen wir warten, bis da was wächst. Ein zweites Mal, ich bin also noch gelassen, dann sehe ich ihn gefällig. Wir müssen mal schauen, dass da entsprechend, äh, mögliche Restzahlen aufgehen. So. Wir gehen uns mal durch. Der ist auf... ...Mais, das war das andere Feld. So, dass er schon fertig ist. So, das Feld muss richtig sein. Den Kaben ab zurück. So, das können wir noch machen, außer... Ja, Düng, Seen, auf 4. Seen, auf 5. 5, wo ist 5? Und ganz anderem Ende. Wir fahren mal zurück zurück. Dann können wir mal entscheiden, was wir machen wollen. Zeit eher nicht. Weil... ... dann fällt nur, was ich fertig ist. Dann gehen wir auf, steuern wir auf Nacht zu. Und... ... dann taniere ich eher dazu, schneller fort zu holen. Und das heißt aber, außer Provision, dann... ... das Engbett wird nicht fertig werden. Entschuldigung. Ah, jetzt kann ich den Hals. Gott, was trinken. Und kleine Bäume... ... und dieren her. So, geht weiter. Ja, ich muss zurück. Ja, das kommt öfters. Leider. Muss ich mal leichter machen. Werder Option. Jetzt muss ich mal entschuldigen. So, der ist weg. Dumm gemacht. So, fahren wir zurück. Ja, voll kratz wie in den Hals. Also. Die Kante. Da muss ich mal tricksten. Da muss ich mal... ... das Land kaufen. Ganz kurz. Das Geld vor den Gutscheinen das Land kaufen. Für die Straßen. Und dann den Bereich mit Terraforming entsprechend bearbeiten. Darf es auch nicht tricksten. Und hinterher wieder... Na gut, da kann man es ja eh behalten. Oder hinterher wieder verkaufen. Das geht ja auch. Und dann wieder entsprechend wegschreiben. Ja, unser Mais wächst. Muss ich mal schauen, äh... ... ob unsere Förder noch Dünger brauchen. Ich glaube schon. Einer ist fertig. Ups. Dann nehmen wir gleich rüber. Mal sehen uns wahnsinnig. Dann können wir ihn abschließen. Dann haben wir noch 46. Und die 34. Und die 34. Und die 34. Und die 34. vorohne. Und die sind fast leer, die beiden. Dann muss ich dort, äh... zwei Fahrzeuge hinchecken. Muss ich mir das auffüllen. Mit Saatgut. So. Platernenfall. Keine Bergziege. Obwohl, der wird fast reichen. Wenn wir noch einen zweiten dazu holen. Wer dann später auch so fall ist. Mal schauen, wie gut das hinkommt, ne. Mal die Karte öffnen, größer. Mal die Karte öffnen, größer. Und da fahren. Und da fahren. Und grunde. Den nächsten Weg rechts. Und dann kommen wir da vom Kopf nach näher. Der war 37. Vorsicht. Ja. Den Wald durchqueren. Bis es eins wieder nicht kommt. Jo, das gefällt mir. Und weg, ihr Vögel. Was? Ah. Nebelgräger sind es glaube ich. Ja. Ah. Und mehr Vögel. Die müssen ein Nest sein. So. 37,83. Jetzt kommt der Wald. So. Bald vorbei. Ah. Das ist aber ungünstig. Ja. Kein Weg dahin. Ah. Ne. Schlecht. Ja. Mal schauen. Wir waren ein, zwei Jahre weiter hier im Spiel. Und wir kennen uns aus. Verschlungenen Wege hier. Uh. Jetzt kommen wir wieder da, wo wir herkommen sind. War nicht schlecht. Aber fast geahnt. Der nächste wäre bei 58, da oben der Traktor. Äh. Auch weit weg. Ah. Wir haben ein bisschen angenommen. Machen wir es auch fertig. So. Jetzt sind wir noch mit dem Weg. Probieren wir es. Hätten wir auf die Straße zurückfahren können. Jetzt sind wir gleich die andere Richtung. Ja. Aber ich habe ja nicht geschaut. Ja. Habe mal einen kleinen Rundfahrt gemacht. Ja. 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 So. Oh. So. Karten schauen. Könnte verkehrt sein, aber man probieren muss. So, jetzt haben wir hier eine Kreuzung, links, oder rechts, Bremser, vertauschen wir Wir können den Tricksen, den wir kurz auch machen Würde im realen Leben nicht gehen, dann wäre kaputt Ah, da können wir noch eine Maschine verläufen haben Fläche, 17 Hektar Er hat das Acker hier Na ja, gut So, da kann ich hocken Was soll er hier rein? Ganz wichtig, was machen uns umsonst? Oh, Kartoffeln, Spezial Dann haben wir ja Glück, dass die Maschine das kann Das hätten wir ein Problem Das ist eine Mod-Sehmaschine ist, die das kann Also im Normalfall, ehrlich gesagt, machen wir nicht Weil so eine Geräte haben wir nicht Beziehungsweise, da pflanzen wir uns draußen dämlich So, also dann mit Sargut nachholen Zwei, weich Belassen wir eine Maschine Das sollte sie passen Oder wir machen hier Machen lieber drei Vorgewände Ist ja ein bisschen besser, denke ich mal Dann tut er sich nicht so schwer bei den Wänden Rückwärts fahren So, zurück Sollte passen So, wenn wir gleich auf den nächsten gehen Das ist 34 und 46 Oh, 46 40 Hat sie wieder versteckt Da unten Das ist ja herrlich Und da nimmt noch eine Mission an Das ist ja 46 Hier und das ist Oh, ne Das ist zu groß Ja, da müssen wir Auf jeden Fall nachgefuhren Das reicht nicht Ach, der Händler Das geht einfach so hoch Ich glaube, der ist noch aufgeklappt Das gibt Probleme Zusammenklappen hier Zusammenklappen Zusammenklappen So können wir nicht fahren In Thüringen In Thüringen ist viel Regen übrigens, ne Das ist das krasse Gegenteil von der Marsch Da ist aktuell trocken Da ist aktuell trocken Also eher das Problem Dass da unsere Ernte wahrscheinlich Teilweise verdauern wird Und hier wird es so sein Dass wir hier Glück sagen können Wenn der Regen so beibleibt Den müssen wir auffüllen Sag gut Und dann können wir mal sehen Ob wir da Gleich hinten von 46 So Gell zum Hof Und dann können wir gleich auffüllen Und dann können wir gleich auffüllen So, durchs Auto durchgeratscht Scheint mal gerast Gerast Aber ich schon merkwürden Hier fast blauer Himmel und trotzdem Regen, ne Aber wir haben 14 hier Na sogar Wasserblase Ja Also Ich weiß nicht, ob die Planlegkarte auch so ist Anfangs war das Uners kleine 14 da So Ich muss ein Sargut holen Aber dann geht es Richtung 446 446 Ups Seh Den Deckel auf Ist das jetzt Saatgut oder? Ja Ja, muss ja Das war gut Was genau soll darauf Auf 46 Meister passt Und dann geht es umfüllen Bevor ich das denn jetzt vergesse Im Eifer des Gefechts Sollte auch eine Maschine schaffen normalerweise Sollte auch eine Maschine schaffen normalerweise Sollte auch eine Maschine schaffen normalerweise Und sonst müssen wir mit der zweiten hin und nachher rufen Nullzahlung Nullzahlung Zu wenig Also zu Windansicht Dann machen wir mal aus Wir haben das noch nicht Nur eine kleine Vorwarnung Wenn wir nicht zu Zu lang machen Zahnrichtung Feldnummer 46 Runde Fahrbahnwesten Wir werden gleich mal hier rechts abfahren Und dann wieder rechts Wir werden den alten Kartenweg-Zollpfarr Dann müssen wir die anderen beiden Fahrzeuge auf sich hoch bringen Und dann Fertlmummer 29 Wird keine Arbeit zu Ende Wir werden den alten Nach dem Motto Klingelt Telefon die müssen aber nach dem nächsten Teil noch beizufahren Straßengewöhnen hier den Verlauf das man ein bisschen auswendig kennt das dauert eine Weile wo abbiegen muss abbiegen wir hier mal ab oder fahren wir hier gerade aus durch den Ort das ist natürlich besser kann schief gehen muss aber nicht der Bus fährt nicht keiner mehr glaube ich 46 das kann ich nur links sagen ist der andere hoch gewesen hoch 2 glaube ich könnte ein Nachbar sein ne Tja da war schon mal drinnen die 45 müssen wir hier gucken dann müssen wir zurück fahren da haben wir keinen das ist da links da links da oben ist doch der Stückchen Acker sind wir hier durch so da haben wir es Mais haben wir eingestellt für das Menü so einmal frei 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 hier renovieren wir mal also Mission programmieren oder auf geht's das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich danke für das Reinschauen wir machen wir machen ja weiter mit der Mission wir machen ja weiter mit der Mission